Ich finde es sehr cool. Es war cool, dass die so nahe waren und unterschrieben haben. Ich habe sehr viele Unterschriften schon gekriegt. Sie haben sehr viel Disziplin. Sie spielen sehr gut. Es ist einfach schön, dass auch heute so viele Leute hier beim Training uns zuschauen, auch die Mannschaft unterstützen. Österreich ist eine gute Mannschaft. Sie hat viel Disziplin. Sie schießt viele Tore. Sie gewinnt fast jedes Match. Sie hat viele Tore. Ach, die willst du unterschreiben? Ja, okay. Danke. Danke. Ich bin mir voll dran und offen. Ciao. Machst du es gut. Danke Marco.